Geri Paterlini, eine ganz enge Serie, ein unglaublicher Match ist fertig gegangen. Wie fällt euch das erste Fazit so kurz nach dieser Verlängerung aus? Es war wirklich eine crazy Serie. Wir sind überwältigt, dass wir den Sieg hier geholt haben und dass es jetzt fertig ist für uns. Das richtige Fazit ist jetzt noch schwierig, jetzt sind wir auch wahnsinnig erleichtert. Der Druck war schon sehr gross. Die Ligaqualifikation wollte man unbedingt verhindern. Auf jeden Fall. Es stand für beide Mannschaften viel auf dem Spiel. Wir haben die Serie gut gestartet 2-0. Laschet kam zurück und die letzten beiden Spiele in der Verlängerung war unglaublich knapp. Sagen wir doch noch etwas zu diesem Match heute? Die kurzen Torfolgen, das sieht man nicht gleich an Alltag. Ich kommentiere auch schon relativ lange, aber so einen Match habe ich noch nie gesehen. Ja, als Trainer hatte ich das Gefühl, deine Mannschaft ist bereit. Dann stehst du auf Sisu, so 15 Sekunden ist 1-0. Im zweiten Drittel hatte ich das Gefühl, wir waren sehr gut drin. Wir hatten alles im Griff. Wir haben extrem viel Rückauf gebaut auf Ajoa und sie schiessen nachher die Goals. Total, der Match ist im Kopf gestanden. Aber wir sind zum Glück wieder zurückgekommen. Jetzt in der zweiten Verlängerung, das erlösende Goal von Harry. Schöne Ferien. Danke. Danke. Danke.